Im Jahre 1735 bildete der Grenzsteinweg die westliche Grenze des Kurfürstentums Sachsen. Heute wie damals ist die Region zwischen Küffhäuser und Burg Hohenstein Lebens- und Wirtschaftsraum sowie ein Naherholungsgebiet für mehr als 250.000 Menschen. Die Landschaft ist geprägt durch schroffe Felsen und einen Karstgürtel, der sich durch den Höhenzug im alten Stolberg zieht. Hier bewirtschaftet das Familienunternehmen Knauf einen offenen Tagebau. Im Werk Rottleberode sind über 200 Mitarbeiter beschäftigt, die jährlich 850.000 Tonnen Gipsgestein und Anhydrit fördern, die zu handfesten Produkten wie Putze, Gips und Faserplatten verarbeitet werden. Wir sorgen dafür, dass der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmerfamilie Knauf mehr als 26.000 Mitarbeiter weltweit. Für die täglichen Herausforderungen werden gemeinsam mit den Kunden Lösungen erarbeitet. Aber wie sehen diese aus? Wie immer ziemlich bodenständig. Neueste Maschinen und Anlagen sind Grundvoraussetzungen. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind wichtig. Aber das Wichtigste ist immer die Kundennähe. Hier in der Logistik kommissionieren wir die Bestellungen und beliefern jeden Kunden in Norddeutschland innerhalb von 24 Stunden. Knauf möchte die Nummer 1 bei seinen Kunden sein. In Auswahl, Verfügbarkeit, Beratung, Service und Qualität. Also ein Partner, der das Geschäft kennt wie seine Westentasche. Im Labor Putze finden Warneingangskontrollen statt, Zwischenproduktkontrollen und Endproduktkontrollen, damit der Kunde ein zufriedener Kunde bleibt und wiederkommt. Die Produkte von Knauf kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Und dennoch, oder genau deshalb, versteht es sich, dass das inhabergeführte Unternehmen mit der Region Südharz stark verbunden ist und als zuverlässiger Partner für ein soziales Miteinander gilt. Engagements und Förderungen von Kultur, Sport und Bildung sind fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Aber auch die nachhaltige Rekultivierung der Tagebauflächen ist eine Herzensangelegenheit. Als Nachfolger der staatlichen Gipsindustrie der DDR wurden die bis dahin beanspruchten Tagebauflächen umfassend rekultiviert. An der Krebsbachwand entstand so ein Rückzugsgebiet für seltene Pflanzen, Schmetterlinge und Tiere, die auf der roten Liste des Artenschutzes stehen. Als Vorbild der Landschaftsgestaltung diente das bewegte Relief der Gipskastlandschaft, welches seit Jahrtausenden von Zechsteinablagerungen, Höhlen und Trockentälern geprägt ist. Nach dem Ausbringen des ersten Saatgutes werden Erle, Elsbeere, Spitzahorn und Ulme verpflanzt. Durch diese Vielfalt der Bepflanzung wird eine ursprüngliche Beweilung der Gipskastlandschaft erschaffen, welche das Landschaftsbild schon vor Hunderten von Jahren geprägt hat. Beruhigte Lebensräume wie der alte Stolberg mit seinen Wäldern, Wiesen und offenen Tagebauflächen sind Rückzugsgebiete für selten gewordene Arten wie Wildkatze und Luchs. Knauf übernimmt Verantwortung über die gegebenen Ressourcen, damit Ökologie und Ökonomie nicht im Widerspruch stehen. So bleibt der Lebens- und Wirtschaftsraum zwischen Küffhäuser und Burg Hohenstein erhalten und dient auch den nächsten Generationen als Erholungsgebiet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017